Das würde ich jetzt aber alles eben nur mit Leim kleben. Mit Heißkleber gäbe das wahrscheinlich eine kleine Katastrophe bei so feinen Sachen. Das würde einfach, denke ich mal, zu viele Fäden geben. Wenn man eine zu kurze braucht, dann nehme ich halt so weit wie möglich Reste. Ansonsten schneide ich mir die nicht unbedingt immer von einem Brett ab, sondern nehme da eben verschiedene, einfach, damit man auch wieder verschiedene Stärken von Brettern hat und natürlich vor allem auch die vielleicht etwas verschiedene Farbgebung. Vielleicht kann ich hier jetzt eine Fensterscheibe einbauen, da einfach halt so eine Folie. Aber vielleicht könnte man das so machen, dass die schon das Glas gebrochen ist. Die Scheibe kann ich ja von hinten ankleben. Von daher kann ich das ein bisschen breiter machen und auch ein bisschen höher. So, wie ist das Glas gebrochen? Da schneide ich da ein bisschen kurfig das so aus, beziehungsweise nicht mal kurfig, sondern so zackig. Hier oben das lasse ich. Ja, sieht ganz gut aus. Jetzt könnte man natürlich von den Restchen auch so ein bisschen die Glasscheibchen hier drauflegen. Dann setzen wir sozusagen mal das Fenster ein. Ja, probieren wir das doch mal mit diesen Glasscheiben. Hier vorne natürlich, wo es kaputt ist, das ist halt hier runtergefallen. Die kann ich mir hier auf dem Pinsel aufnehmen und dann hier hinlegen. Beziehungsweise auch vielleicht hier oder da mal ein bisschen hinstellen oder reinfallen lassen vielmehr. So, ja, gefällt mir gut. Das ist natürlich ein Detail, wo man erst bei Nahaufnahmen sehen wird oder wenn man eben beim Originalmodell ganz genau hinschaut. Aber genau das ist es ja. So muss es sein. Könnten wir jetzt vielleicht hier auch mit roter Farbe ein bisschen Blut dran machen. Können wir ja eigentlich auch gleich machen. So, die Bretter, die mache ich hier hinten dran, damit es eine Vertiefung so in 3D mäßig gibt. Ne, das war jetzt Schmarrn. In Wirklichkeit, ehrlich gesagt, habe ich das jetzt einfach nur verpasst. Ich hätte natürlich die Bretter hier durchziehen müssen da oben. Aber das stoßt mir jetzt zugleich hier an. Da sieht man ja die Bretter gar nicht mehr. Dann mache ich es andersrum. Dann klebe ich zuerst hier so einen kleinen hin. Und dann hier das wieder. Da sieht man eher, dass es Bretter sind. Das ist mir aber trotzdem noch zu wenig. Da hätte ich ja gleich eine ganze Platte dran machen können. Deswegen mache ich das jetzt so, dass ich hier einfach ganz leicht abkante hier. Und dann zieht man das besser. Allerdings möchte ich mir hier vorne auch noch so ein kleines Vortechle machen. Ja, um das Ganze spielbar zu machen, werde ich das Dach eben nicht festkleben, sondern lose lassen. Da habe ich jetzt einfach mal drei so Balken hier. Und ja, jetzt ist die Frage, macht man das auch mit Holzbrettern wieder? Oder kleine Schindeln? Oder immer lang Schindeln? Ich werde das einfach aus diesen Brettern auch machen. Ich werde das dann einfach hier auf so einer Folie hier kleben, damit das dann in Ruhe trocknen kann. Hier versuche ich, oder gerade hier versuche ich auch verschiedene Farben, Farbnuancen hinzubekommen. Da klebe ich jetzt vorerst nur ein paar Bretter, lasse das dann trocknen und dann kann ich ganz easy hier weiterkleben. Hier unten möchte ich auf jeden Fall so ein Stück Holzboden. Das heißt, ich klebe mir aber jetzt hier so ein paar Balken drunter. Oder vielleicht eher hier. Damit ich einfach ein bisschen Höhe bekomme. Dann fertige ich mir hierzu auch wieder Bretter an. Die kann man übrigens eigentlich auch brechen. Einfach so mit den Fingern. Hier möchte ich das nochmal gerne gebrochen haben. Das ist einfach hier eingefallen schon. Ich brauche hier hinten auch noch einen Querbalken zur Verstärkung. Ich denke mal, da mache ich, glaube ich, auch mit Brettern hier zu. Eigentlich kann man auch gleich mehrere Bretter mit dem Messer schneiden. Übrigens kann man hier ganz einfach auch so Nägel andeuten. Zum Beispiel mit der Bleistiftspitze oder was auch immer hier ein bisschen eindrücken. Hier ist die Wand auf jeden Fall jetzt mal beschädigt zwischendurch. Schon so leicht nach innen oder nach außen, je nachdem eingedrückt. Hier werde ich auf jeden Fall auch Holzbretter machen. Und hier vorne auch so eine Abschlussleiste. Ja, wenn man möchte, könnte man natürlich dieses kleine Dach ebenfalls abnehmbar lassen. So, und hier, diese werden wir auch an der Stelle etwas brechen. Da verdrehe ich das Holz vielleicht einfach ein bisschen. Ich denke, für mich werde ich hier das Dach einfach mal schon festkleben. Jetzt kann ja jeder selbst für sich dann entscheiden, ob man es abnehmbar lässt. Da mache ich es jetzt aber auch so, dass ich die doppelt drauflege. Immer so versetzt eben. Dann könnte man hier auch wieder das so machen, dass das Dach irgendwo eingebrochen ist. Ich denke, vielleicht können wir hier am Dach schon weiter bauen. Jawohl.